Das ist ein Fernauslöser fürs Handy. Damit kann ich Fotos von Remote auslösen. Das Teil sieht so aus, sehr klein, Batterie betrieben, diese Standards 2032 Zellen drin, kann man an der Seite einschalten. Ist automatisch im Pairing-Modus. Ich kann jetzt auf mein Handy gehen, sehe das bei anderen Geräten, klick das an, bestätige und kann jetzt Fotos auslösen. Sehr praktisch, wenn man zum Beispiel Nachtfotografie auch mit dem Handy ausprobieren will. Handy aufs Stativ, da gibt es entsprechende Halterung dazu und dann von der Ferne auslösen ohne Verwackler am Gerät. Ich bin Lars vom Kanal, Lars fotografieren und filmt. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine weitere Folge verpasst. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.